Ja, ich freue mich riesig und ich hoffe für euch oder für dich ist es in Ordnung, wenn wir hier per Du sind. Ich bin der Dominik und ich würde mich riesig freuen, wenn wir heute einen spannenden Abend miteinander verbringen. Eines kann ich dir schon versprechen, du wirst heute maximal einen Mehrwert bekommen. Wir sind am Ende eines Superzyklus und dieser Zyklus, der wird noch einige Feuerwerke abfeuern. Was kann man also tun, um zwischendurch auch mal ein bisschen Lösungen zu bieten für euch alle? Ich zeige euch jetzt mal, was man als Privatperson tun kann, bevor wir dann in die richtig tiefen, handfesten Lösungen gehen. Und zwar der erste Weg, den schon mal jeder gehen kann, der Geld auf dem Bankkonto hat, sich ein multiples Kontenmodell aneignen. Ja, es kostet Geld, verschiedene Konten zu haben, aber wenn ihr über 100.000 Euro besitzt, bei mehreren Banken euer Geld zu parken, ist schon mal der erste wichtige Schritt. Wenn man der Einlagensicherung trauen möchte, dann ein Bargeldvorrat für mindestens 90 Tage, den habe ich bereits erwähnt. In reale Sachwerte investieren, am besten mobile Sachwerte. Und wenn ihr noch gar keine Ahnung habt, wie Investitionen funktionieren, dann empfehle ich euch erstmal, in euer eigenes Humankapital in euch selbst zu investieren. Das ist das beste Investment mit der höchsten Rendite. Dann habe ich hier ein schönes Bild, da bin ich stolz drauf, dass ich den Herren noch kennenlernen durfte. Wolfgang Krupp, der Vorzeigeunternehmer in Deutschland, der leider auch immer in den Medien jetzt aufgrund seiner kritischen Haltung kritisiert wird. Aber ich finde toll, dass ein Mensch wie er mit so einem großen Imperium, das er aufgebaut hat, heute noch auf der Bühne steht und sagt, Menschen, die Politik betreibt hier ganz viel, was nicht richtig läuft. Verschiedene Konten bei verschiedenen Banken, das ist eine Möglichkeit, die man als Unternehmer haben kann. Bargeld- und Sachwertvorräte, auch als Unternehmen kann man Goldvorräte und Bargeldvorräte horten. Man muss es nicht alles auf dem Bankkonto lassen, natürlich nur das Geld, was man nicht zum täglichen Handel braucht. Das Eigenkapital sollte auf mehreren Kontinenten verteilt sein. Ich empfehle euch, das Geld in anderen oder in verschiedenen Rechtssystemen aufzubewahren, wenn es eure Unternehmensstruktur zulässt und die Warenvorräte zu erhöhen. Die Ware, die bindet nämlich zwar Kapital, aber wenn auf der Bank das Geld irgendwann auf Knopfdruck weg ist, dann habt ihr zumindest noch Kapital, das ihr wieder zu Geld machen könnt. Fragt sich, warum unsere Welt ins Chaos stürzt und warum die Dinge passieren, wie sie passieren. Es fühlt sich an wie in einem schlechten Film und genau dafür gibt es Antworten und es gibt Lösungen, sich vor diesen Entwicklungen zu schützen, sogar davon zu profitieren. Melde dich jetzt deswegen rund um dieses Video für mein Live-Webinar am 26. April um 19 Uhr an. Im Nachgang gibt es eine spannende Fragerunde und die Arbeitsunterlagen werden dir vorab zugeschickt, wenn du jetzt die Gelegenheit nutzt, dir einen der limitierten Plätze zu sichern. Dann schauen wir uns doch mal an, warum das System das Problem ist. 6.000 Jahre vor Christus hat man dieses wunderbare Metall entdeckt, Gold, und 1.550 vor Christus haben die Pharaonen das dann genutzt, um die Pharaonen mit Gold zu überhäufen. Also es war das höchste Gut, das man haben konnte. Und auch im alten China, 1.100 vor Christus, galt Gold als Zahlungsmittel, damals in der Form verschiedener Münzen mit eckigen Löchern drin. 500 vor Christus, dann der Aufstieg des Römischen Reichs, wie ihr ihn hier sehen könnt. Kaiser Friedrich II. hat dann in der Antike eine eigene Goldmünze oder eine erste eigene Goldmünze prägen lassen. Da sind wir dann schon nach einem großen Zeitsprung, 1.231 nach Christus. Also das Deutsche Reich war zumindest die erste Nation mit einer Goldwährung, 1873. 1900 wurde dann der Gold Standard Act eingeführt mit einer Golddeckung. Also hinter jedem Schein war eine gewisse Menge Gold hinterlegt. Das wurde dann allerdings 71 Jahre später aufgehoben unter diesem Präsident Nixon, der den Goldstandard in Bretton Woods beendet hat. Und warum er das getan hat? Ganz einfach. Wenn Kriege passieren müssen und man nicht auf Kosten eines Systems Ausbeute betreiben kann, was jetzt immer deutlicher wird, dann muss dieses System verändert werden. Und deswegen hat man das System geschaffen, in dem wir heute sind. Wir befinden uns am Ende dieses Systems. Und nachdem 1971 keine Golddeckung mehr hinter jedem Schein war, sind wir nun jetzt dort angekommen, wo wir sind. Am Ende einer unglaublichen Gelddruckorgie. Aber glaubt nicht, dass es schon ganz am Ende ist. Es wird noch mehr Geld in dieses System fließen. Das ist das gesamte weltweit verfügbare Gold. Mit einer Kantenlänge von 22,1 Metern, insgesamt 208.000 Tonnen Gold, die bis heute abgebaut wurden, haben die Deutschen doch einen beträchtlichen Anteil an diesen Würfel von 8,6 Metern Kantenlänge. Auf der offiziellen Liste der größten Goldbesitzer stehen die Vereinigten Staaten am Platz 1, danach die Deutschen, danach die Chinesen. Mittlerweile dürften aber die Chinesen auf Überholspur sein, wie wir gleich auch noch sehen werden. Laut den US-Geologiebehörden befinden sich aktuell noch etwa 35.000 Tonnen Gold im Boden. Das wird etwa 25 Jahre dauern, die abzubauen. Und es wird immer schwieriger. Man geht mittlerweile sogar in fünf Kilometer Tiefe, um dieses Gold zu fördern. Das World Gold Council hat eine Aufstellung bekannt gegeben im Jahr 2022, in dem man sieht, dass die Zentralbanken der Schwellenländer, meistens der Schwellenländer, 24 Prozent des gesamten Golds kaufen. Dann sind es 23 Prozent Privatanleger, die Münzen und Bachen kaufen, also ganz dicht gefolgt. 46 Prozent des Goldes geht in den Schmucksektor, 7 Prozent in den Technologiesektor, 50 Prozent kommen also aus dem Investmentbereich. Ich verrate euch was, wenn ihr mal genau auf diese Folie schaut, dann geht da ein Pfeil auf den weltweiten Silbervorrat. Das ist der Silberwürfel, der aktuell noch übrig ist, aufgrund der hohen Industrienachfrage. Dieser kleine Würfel mit einer Kantenlänge von 8 Metern ist das weltweit verfügbare Silber. Nur 10 Prozent der Silbernachfrage gehen übrigens in den Investmentbereich, um auch nochmal exemplarisch herbeizuführen, was man sich mit einer Unse Gold kaufen kann. Und warum das wichtig ist in diesem Zusammenhang? Eine Unse Gold bringt ungefähr eine Tunika und ein paar Sandalen, zumindest war das 100 vor Christus so, heute einen Maßanzug und ein paar schicke Schuhe dazu. Also auch hier sind wir ungefähr mit 1.800 Euro dabei, dürfte jeder, der schon mal einen Maßanzug gekauft hat und ein paar Schuhe bestätigen können. Das Ford Model T aus dem Jahr 1908 hat 41 Unzen Gold gekostet und heute würde so ein 5er BMW 41 Unzen Gold kosten. Und da fasse ich nochmal die Goldvorteile zusammen. Gold hat einen extrem geringen Platzbedarf. Es gibt sehr kleine Goldmünzen. Hier habe ich so eine Zehntel Unse Goldmünze bei mir auf dem Schreibtisch, das ist ein Glücksbringer. Und ja, Gold ist leicht transportierbar, wie ihr sehen könnt. Gold ist seit 6.000 Jahren Zahlungsmittel, wie ihr eben gelernt habt. Es ist globales Tauschmittel, also in Venezuela, in Deutschland, überall kann man damit tauschen und bezahlen. Denn Gold hat nicht nur einen Nennwert auf der Münze, sondern dieser Gegenwert von Gold, der ist überall einlösbar bei jeder Bank auf der Welt. Und übrigens auch weltweit Mehrwertsteuer befreit, das wissen viele nicht. Ich habe jetzt mal sechs spannende Verstecke rausgesucht. Ich habe eine Liste von über 200 Verstecken. Im Essen, also im Kühlschrank, lässt sich sowas gut aufbewahren. Auch an ekligen Orten, im Mülleimer, in einer alten Klobürste, die nicht verwendet wird vielleicht, in einem Wäschekorb. Überall dort kann man Gold gut aufbewahren. Wir haben auch solche Dosen-Saves im Online-Shop. Diese Dosen-Saves, die kann man dann aufschrauben. Sieht aus wie eine Bierdose und dort ist drinnen Hohlraum. Dann gibt es auch die Möglichkeit in einem Hundehaus. Wer Haustiere hat, vielleicht einfach in der Nähe der Tiere, entsprechend in einer kleinen Schatulle, die dort auch gut aufbewahrt ist. Man kann sein Gold auch tatsächlich vergraben. Wichtig dabei ist, dass man unter 1,50 Meter Tiefe geht, damit es mit einem Metalldetektor nicht gefunden werden kann. Es gibt spezielle Detektoren, sogenannte Wide-Range-Detektoren. Die hören aber auch bei 1,50 Meter auf. Eine Steckdose fragt ihr euch jetzt, wie soll ich da mein Gold reinbekommen? Naja, wenn ihr dieses kleine Schräubchen hier drin löst und diese Steckdose tatsächlich gar keine Funktion hat, hat man hinten dran einen schönen Hohlraum und auch da lässt sich Gold verstauen. Kommen wir zur nächsten Grafik und zwar eine Grafik, die euch allen zeigen sollte, dass hier wirklich was im Argen ist. Rote Balken zeigen, wenn die Zentralbanken nach Käufen und Verkäufen mehr Gold verkauft haben und die grünen Balken zeigen, wenn sie Gold zugekauft haben. Wir haben aktuell im Jahr 2022, also hier hinten, ein 55-Jahres-Hoch. Ich blende das jetzt mal für euch ein. Seit 2008 ist was Spannendes passiert. Die Zentralbanken vertrauen ihrem eigenen Produkt nicht mehr und kaufen mehr Gold, als sie verkaufen. Und das nicht in kleinen Mengen. Im Jahr 2022, dieser große Balken hier, waren es 1.136 Tonnen Gold. Der höchste Wert seit 55 Jahren. Die Käufer waren fast nur Schwellenländer. Der Grund ist, dass der Westen die Devisenreserven eingefroren hat, und zwar die russischen. Das war nicht irgendein Moment, das war ein Moment, wie der in Bretton Woods als Richard Nixon den Goldstandard aufgehoben hat. Denn genau in diesem Moment ist das Vertrauen des Ostens gebrochen und der Moment geboren, in dem sich das Pricks-Bündnis und die Pricks-Staaten, die Schwellenländer zusammentaten, um dem Westen Parodie zu bieten und in der Zukunft die Hegemonie des US-Dollars zu beenden. Und seit 2008 sind die Zentralbanken also Netto-Goldkäufer, wie ihr seht. Und es wird immer mehr und mehr und in diesem Jahr noch mehr. Das ist die Bank of England im Oktober 2010. Und der Goldspeicher dieser Zentralbank zeigt das Misstrauen ins eigene Produkt. Warum bitte hat man so viel Gold, wenn man seinem eigenen Produkt dem Papiergeld traut? Das ist der wichtigste Goldhandelsplatz der Welt. Und einer dieser Bachen hier hat einen Gegenwert von 750.000 Euro aktuell. Wenn ihr also gegen die Agenda seid, aber von dieser Agenda profitieren wollt, dann ist dieses Edelmetall eine wunderbare Chance. Hier seht ihr einmal eine Unse Gold und daneben einen riesigen Berg Silber. Ich blende die Goldmünze nochmal aus. Das heißt, hier sind 87 Münzen Silber und eine Unse Gold. Was bedeutet das? Das Verhältnis von einer Unse Gold zu diesen 87 Unsen Silber heißt, dass ihr für diesen Berg Silber eine Unse Gold bekommt oder für diese Goldmünze die 87 Unsen Silber. Schauen wir doch nochmal ganz kurz hier rein, warum ich aktuell 60-40 empfehle. Ganz einfach, weil Silber ein extrem hohes Potenzial mit sich bringt, momentan stark unterbewertet ist und durch diesen Zuwachs, den Silber erleben wird, ihr momentan enorm profitiert, wenn ihr eben den Silberanteil etwas erhöht. Das ist der wichtigsten Satz, den ich euch heute mitgebe wahrscheinlich. Gold und Silber kauft man nicht, um schnell reich zu werden, sondern um die Kaufkraft, seine Ersparnisse zu sichern. Edelmetalle sind deswegen die ultimative Lebensversicherung für jedes Portfolio. Und wenn ich so ein Zitat abändere, dann nur deswegen, weil es mein eigenes Zitat ist. Falls du nun auf den Geschmack gekommen bist und den gesamten Vortrag kostenlos sehen möchtest, an dem über 10.000 Menschen teilgenommen haben, dann schau dir hier die gesamte Aufzeichnung an. Wir werden sie nicht mehr lange verfügbar lassen, denn dieses Thema ist sehr zeitkritisch. Ich würde mich riesig freuen, wenn du dich damit gegen den drohenden Totalausfall oder weitere Risiken schützt. Vergiss nicht, den YouTube-Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Video. Dein Dominik Hettner.